Was ein Move war das, hä? Ja Juli wir beide und dann, keine Ahnung, einfach ein Bot oder so mit dazu. Okay, ja, zwei Stunden. Ich will doch nicht. Was? Ja, gut, ey. War mir, fand ich, war mir zu böse irgendwie. Wollte ich nicht. Also war mir, das ist nicht so. Ich fand den lustig. Keine Ahnung, ich finde Jokes basierend auf Fakten immer doof. So, das war's. Tschüss. So, einmal kurz winken hier, winken. Oh mein Gott, ich bin tot. Ey Mann, ich dachte, das hilft mich. Scheiß drauf. Mach M. Gabi. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. So, ein Schöner an dich noch. Gib mir Gabi. Gib mir Gabi da rein, ich hab dich gerest. Ja, ist mir egal. Wie kommt ihr denn hier auf die Kanten? Du kannst nur an den Ecken hoch, Lennart. Wann kann ich aber über die Kante laufen? Ja, komm mal runter. Huck einfach ab. Ja, okay. Wir sind ready. Ihr könnt gleich ziehen. Okay. Warte, warte. Sag noch was. Er muss tilten dabei. Er kommt. Er muss komplett tilten. Warte, warte, warte. Jeder von euch muss down gehen. Jetzt. Der denkt sich so, die hab ich. So schön auf einem langen Gerade kommt der uns hinterher. Wir wissen, dass man schneller ist als er. Und voll einfach. Der steht jetzt einfach rum. Der steht da wirklich einfach rum. Ich hätte noch nicht hauen dürfen. Ich war noch nicht dran. Hängen geblieben. Hey, weitermachen. Ist noch nicht vorbei mit der Musik. Siehst du, was ich geschrieben habe? Ja. Ist mein letztes Wort richtig oder falsch geschrieben? Oh, guck mal, Henno. Wie findest du das, dass er überlegen muss, ob sein letztes Wort richtig getrieben ist? Das find ich scheiße. Das find ich grauenerregend. Das ist noch mehr. Edalu, I'm sorry. Also, wahrscheinlich, wenn ich's nicht gleich spielen, ne? Aber... Mach keinen Scheiß, bitte! Ja? Wie findest du das, dass er drüber nachdenken muss? Das zweite Wort kann man nicht falsch schreiben. Es ist eine Katastrophe. Ich krieg wieder keine Punkte. Also, ich kenn kein Spiel. Oben lang, oben lang. Gibt's rein gar nichts. Alles weg. Kannst du da hochspringen an die Leiter? Ne. Oh, oh. Unten richtig viel. Dampen oder Knäpflein? Nein, nein, nein. Ey, dieses Wreckton auch. Du fliegst auf. Einer ist von denen sauer? Ich werd dir ge Fosage gehalten. Du hast den 101. Ja. Du hast den 1016. Für die 4 ist das Klöhr. Oh mein Gott, warte. Und jetzt pass. Let's go. Der ist nicht verbrannt. Er konnte komplett sichtbar werden. Trotz Vorarbeit. Hä? Nein! Er hat sich sogar umgedreht, aber dann bist du um die Ecke gegangen. Er hat mir geglaubt. Er macht sich sichtbar, dreht sich einmal um. Aber dann bist du um die Ecke verschwunden. Wir gucken mal rein, wie wir uns gruseln. Ihr seht hier einen ganz wilden Pulsmesser. Ja? Die einzige Möglichkeit, diesen Puls zu pushen, ist nicht das Spiel, sondern dumme Kommentare im Chat. Das heißt, er wird heute wieder ganz hoch gehen. Aber ich dachte, wer wirft denn da 600 Körbe? Man kann von unten reinwerfen. Du stellst dich unter den Korb, wirfst den und fängst den wieder direkt. Und dann geht das ganz schnell. Aber du musst halt trotzdem 10 Minuten so weit machen. Ja, wenn du mit Lara spielst, wartest du eine halbe Stunde. Dann macht man das. Oh, da hast du voll vom Rechner. Äh, süß. Schreibt er. Da muss ich ja mal ein bisschen rächen, ne? Dann darfst du mir doch nicht ernstlich, was ich sage. Was ist das hier? Was ist das? Was soll das? Rein, 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 rein. Rein, rein, rein. Einer von uns muss drinnen stehen. Genau, einer muss drinnen stehen. Ich bin jetzt explodiert, das Ding. Tschüss. Ja, ich stehe hier als einziger drin, oder was? Oh, ich glaube, da ist mein Tode, was mir egal. Ihr seid... Oh, ich bin noch aus für heute. Macht gut. Wie er umhörlich drinnen stand, der hat sich reingestellt. Die ganze insane Strad. Wir müssen dahin, wir müssen jetzt ziehen. Wie weit? Z coordinate! Ich habe ihn nur überholt. Man kann doch gar nicht schießen. Der Bengel, der hat gedacht, er könnte es. Frechheit. Aber ich glaube, ich habe es, glaube ich, verstanden. Ich hatte ja letztens PUBG mit Franzi und Fischkopf und so gespielt. Ich glaube, das ist eine Challenge, die die Leute nicht in den Titel schreiben. Ein Battle Royale Win mit Franzi. Das ist so eine Secret Challenge. Die haben wir nicht geschafft, als wir das letzte Mal gespielt haben. Aber ich war auch nicht darauf eingestellt. Ich glaube, Franzi weiß das. Und jetzt habe ich es aber rausgefunden. Und deswegen kann ich das wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich glaube, das ist immer so der Challenge, die nur funktioniert, wenn derjenige, der mitspielt, es nicht weiß. Und jetzt habe ich es aber raus. Ich habe es jetzt rausgefunden. Das war zu offensichtlich. Die Clips waren zu eindeutig. Das ist schon wieder Warzone. Ich habe es rausgefunden. Hier ist so ein Engpass auf der Brücke. Der Brücke ist eigentlich nicht schlecht. Also hinter uns kann keiner kommen. Ich rippe hier alles weg. Ich auch. Also Melee ist gerade auf jeden Fall goaded. Was ist das hier? Aimen ordentlich rein. Wenn ein Nymophil kommt, sagt Bescheid. Ich habe noch meinen Charge. Oh, oh shit. Oh, scheiße. Kevin fliegt mir so entgegen. Richtig. Warum hat Raul jetzt 200 Minus bekommen? Ist das bei der goldenen so? Du kriegst immer nur die Hälfte. Achso. Das hat er von Anfang an erklärt. Ja, Entschuldigung, ich habe nichts falsch beantwortet. Nicht wackeln hier, Kumpel. Gib mal dein Geld. Volles Leben. Gib mir Kohle. Gib mir dein Pausenbrot Geld. Bitte? Ja, ihr müsst ja auch nicht alle auf den Ball fahren, wenn ich dran bin. Mit dem Arsch warst du dran. Ja, hier, so. Dann machen wir es so. Ja. Das macht halt zu. Ja, das macht halt zu. Ja, gut. Ja, komm, war lustig. War lustig. Florian immer weiter vom Ausgang weg. Ja, da vorne ist auch ein Ausgang. Geh nach rechts. Andere Straßenseite. Heißt nicht auf derselben Straßenseite bleiben. Ja, lass mal heilen, Daniel, heim ich mal. Lass den das aber auch weiß und das verhindern. Er, also, er, ich glaube, er weiß das nur und du weißt das nicht. Ich mach gerade, mein Dad hat ready, dann könnt ihr müssen wir tanken. Naja, alles gut, wir haben es gleich, wir sind gerade hier voll. Er rennt gerade am Haus an der Ausgang. Warum heißt er nicht hoch? Er machen wir gerade, er moonwalkt da am Haus. Ja, komm mal vorne raus, komm mal vorne raus, wir tanken. Okay, mach ich. Erkler rennt wieder, da hinten rum, ich gehe gleich raus. Wo ist denn die andere Tür, die hier aufliegt? Auch auf der anderen Straßenseite, du musst doch einfach mal die Kack-Straßenseite wechseln. Nein, du bist die ganze Zeit auf der selben Straßenseite, du. So, wie er sich platziert, er provoziert es doch, ich kann doch nicht rüber. Mein Gott, wer bist du denn? Du dreckiger Wurm. Warum schmink? Was? Oh, das ist meine Lieblingsfähigkeit. Du hast es nicht gesehen, weil du dich gerade gehealt hast. Ich kann meine HP mit deiner HP tauschen. Wow! Immer wenn ich Low-HP habe, suche ich mir irgendeinen Caster. Ich hab's verpasst. Damit hat er alle sich gerade disqualifiziert für alles. Das ist eine gute Ability. Kannst du mir nochmal sagen, dass du nicht groß bist? Ich bin nicht groß. Jeff, was zeigt dir? Ja, Moment, Lilly muss sich auch einfach mal hinstellen, sonst kann man das doch gar nicht sehen, wer größer ist. Wir haben meine Seiten verändert. Du siehst noch ganz schön lebend. Du sahst noch ganz gut aus. Ich bin nach vorne, ich warte im Tor. Ich warte im gegnerischen Tor auf den Ball. Wo bist du? Okay. Fock das bitte nicht an, ey! Nein! Mein Controller ist runtergefallen. Nein, klar! Ich muss noch nicht sagen! Ja, 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 ja. Oh nein, bitte wein mich nicht! Holle, der kommt rein. Justice rains from above. Und der ist gelieft. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Wo soll ich dir denn das sonst schicken? Soll ich dich anrufen und dir den Link vorlesen oder was? Meine Güte. Ja, weil ich nicht alle Leute bei WhatsApp habe. Und dann mache ich immer alles auf einen Schlag bei Twitter. Okay, das heißt, du brauchst mal eine Cam über Video-Nichter. Ich habe das bei Twitter nicht bekommen. Am besten, ich mache das gleich nochmal. Du hast es nicht bekommen bei Twitter. Nee, du hast es mir im WhatsApp geschehen. Hilfst du dir bei WhatsApp? Oh, nevermind. So, da haben wir es nämlich. Da haben wir es nämlich. Da haben wir es nämlich. Naja, fast alle haben es bei Twitter bekommen. Okay. So, ich habe neue Videos geguckt. Wie finden sie? Ich habe neue Videos. Was warst du in dem Video, Dalu? Wir haben ein paar Trickshots. Das war ja unhaltbar. War eine Burgenlampe. Der hat den Wanderers gesehen. Er hat auch ein paar Videos geguckt. Wie findest du den? Wie findest du den, Asics? Das ist doch so gut.